Können Sie sich das vorstellen? Ihr Bart voller Schimmel, die Küche so schmutzig, ekelhaft. Um das in Ordnung zu bringen, müssten Sie ein Heidengeld ausgeben oder stundenlang putzen, mit schlecht riechenden Produkten, die sogar schädlich sein können. Hier ist die Lösung. White & Go. Der revolutionäre Stift, mit dem Fliesenfugen aller Art wieder weiß und schön werden. Preiswert, geruchslos, ohne schädliche Produkte. So einfach wie das Zeichnen einer Linie trocknet, dank der Spezialformel, in wenigen Minuten, wobei eine wasserdichte Schicht entsteht, die Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Haben Sie Flecken im Badezimmer? Wegen Schmutz und Schimmel? White & Go ist die Lösung. Nach einer einzigen Anwendung strahlen Ihre Fliesen wieder wie am ersten Tag. White & Go hat eine abgerundete Spitze für breite Fugen und auf der anderen Seite eine angespitzte Spitze für die schmalsten Fugen. White & Go mit seiner wirksamen, antibakteriellen Formel die beste Lösung gegen durch Feuchtigkeit entstandenen Schimmel. Dringt tief in das Fugeninnere ein, entfernt Bakterien und Schimmel, durch die Flecken entstehen und verhindert, dass die Flecken erneut auftauchen. Schluss damit, viel Geld für die Renovierung von Bad oder Küche auszugeben. White & Go ist die ideale Lösung. Einfach über die Fugen der von Feuchtigkeit und Schimmel betroffenen Fliesen streichen. Ihre Wände strahlen sofort wieder wie am ersten Tag. Schluss mit Bad on und Küchen mit Schmutz und Schimmelflecken. White & Go ist die Lösung. Ihre Fliesen strahlen wieder wie am ersten Tag. Mit einem einzigen White & Go Stift kann man eine Linie quer über einen Fußballplatz ziehen. Ihre Spüle ist voller Schimmel und Feuchtigkeit. Erneuern Sie sie mit White & Go. Ihre Küche sieht schmutzig vernachlässigt aus. Erneuern Sie sie mit White & Go. Ihre Terrasse wirkt altfleckig. Erneuern Sie sie mit White & Go.